Das war's. Ich glaube gerade letztes Jahr die Nicht-Abstiegsparty mit der Menschenmenge hier auf dem großen Platz, das war schon atemberaubend und man hat immer wieder schöne Erinnerungen, man kommt hier gern wieder her. Es weckt vor allem auch wieder die Erinnerungen, gerade in der jetzigen Phase, wo vielleicht nicht alles optimal läuft oder viel gegen uns läuft, versucht man sich an sowas wieder festzuhalten und auch neue Energie zu schöpfen. Der Hintergrund ist ganz gut, die Person darüber können wir streiten. Durch die Geburt meiner Tochter, dass ich viel mehr Zeit mit ihnen verbringen will, kommt mir das hier zugute. Ich meine, immer wenn ich gependelt habe, habe ich mir immer einen Puffer einbauen müssen von einer Stunde, eineinhalb und dementsprechend bin ich quasi morgens los und kam abends heim. Ich sag an, was gemacht wird. Ich als Model. Hast du das drauf? Hast du das drauf? Ja, aber er will ja seriöse Bilder. Auf der anderen Seite kitzelt es vielleicht nochmal ein paar Prozentpunkte mehr raus, um meine Leistung nochmal zu steigern, dass wir am Ende das große Ziel erreichen können. Aus meiner Stadt, Junge. 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 Vielen Dank.